Meine lieben Damen und Herren, seid alles am Herzlichst Willkommen zur 8. Folge des Sound Let's Plays. Mein Name ist ein Speedfire und heute dabei sind auch wieder Thorsten und Lord Wanne. Moin Moin. Boah, das ist ein Grundschritt, Alter. Und ihr seht, die Cam ist wieder anders, wie ihr schon in der letzten Folge gesehen habt, für Neueinsteiger. Was neu ist, ähm, wir haben hier ein wunderschönes Red Bull. Meine bezaubernde Freundin hat mir das kurz gebracht vorhin, in der Aufnahmepause der letzten Folge bin ich ja deshalb verreckt, aber wisst ihr, ich kann nicht böse sein, denn Red Bull ist Red Bull und Red Bull bleibt Red Bull. Deshalb ganz kurz, Trommelwirbel. Ach, Trommelwirbel, Leute. Besser läuft das, Leute. Boah, ich werde heute nicht mehr pennen. Das ist ein großes Digga. Gut. Ich werde jetzt wieder raus machen. Der hat schon Bassenbassen, Bassen, Leute. Red Bull, wenn ihr das seht, sponsert mich bitte. Also, okay. Ähm, wo waren wir stehen geblieben im letzten Part, genau. Dann haben sie wieder zurück aufs Schiff gebildet. Ähm, in der Zwischenzeit habe ich mir noch ganz kurz Rüstung gecraftet und mich kurz ein bisschen vorbereitet, ein bisschen Ressourcen zusammengekratzt und... Und wir sind sortiert hier, weil Gesundheit, weil das ist jetzt nicht so spannend im Let's Play, aber es ist nichts großartiges passiert. Wir haben hier wunderbare Flügel auf dem Rücken, das ist bis jetzt keinem aufgefallen. A pair of insect wings wearing these doesn't let you fly, unfortunately. Schade. Uns fehlen noch, wie viele, wie viele, wie viele Tanks? Aua, Hilfe da, so. Drei. Ich glaube, uns fehlen noch sieben, ganz genau, sieben Stück. Genau, okay, hast du sieben übrig? Äh, was? Tankschen? Oder von was? Tankschen, Tankschen, ja. Äh, warte, lass mich schauen. Wie viele brauche ich Korrein? Insgesamt. Wie viele, also ich habe noch gar keine Rüstung, wie viele brauche ich für eine Rüstung? 24. Äh, dann hätte ich... 6, dann habe ich 8 übrig. Lüge, es sind noch 20. Du brauchst noch 20. Dann habe ich 12 übrig, plus noch 18... 18 Ors. Ich weiß nicht, wie viele 18 Ors. Ey, du. Bleib mal hier. Ja. Er soll mir nur kurz sieben geben, dann ist cool. Warte, bringst du das am Sami, warte? Äh. Er überbringt es mir. Und dann, meine lieben Damen und Herren, geht es zur nächsten Boss-Mission und zum nächsten Schritt. Dann gehen wir, dann returnen wir zur Esther-Bright. Zur hellen Esther. Und machen dann die coole Mission. Genau. Genau. Ey, ihr könnt gerne Feedback in den Kommentaren da lassen, was ihr zur neuen Kameraposition sagt. Ob ihr es besser findet. Und natürlich auch Verbesserungsvorschläge sind herzlichst willkommen. Also, leider nicht scheu. Aber rausschreiben, auch wenn ihr mich hasst. Dann ist es auch viel wichtiger. Du willst einen Verbesserungsvorschlag? Ja. Halt deine Maul. Lichtig. So. Das ist sehr lieb. Ich lieb's. Okay, dann mach's bitte mal. Du siehst aus wie, du siehst fucking aus wie Space-Ape-Rambo-Bro. Was ist das? Warte, warte. Aber ich hab Flügel. Schau mal, ich hab Schmetterlingsflügel. Ja. Oh, ich sieh die Flatter sogar, wenn ich springe. In der Partette hat da 30 Tankton-Bar-Slickla. Irgendwo im Nirgendwo. Ah, das sind meine. Das sind meine. Ich bin verreckt. Gut, dass du sie eingesammelt hast. Deshalb hatte ich nichts mehr. Warte, warte, warte. Warte, ich muss kurz die Game-Sounds lauter machen. Ich muss mich dafür umziehen. LT-Gerecht. Es gab doch ein schönes Lied. Yeah, on the beach at night. Aber ich weiß nicht, ob du das mit Trommeln spielen kannst. Ich find's nicht. Ich werde angeschossen. Das wird sich echt gekackt. Moment, ne. Moment, ich komm gleich wieder, okay? Mit der Trommel hat sich das komplett behindert. Äh. Das war das falsche Schiff. Alter, vielleicht hab ich auch noch ein Instrument. Warte, ich such kurz. Ne, so ist es aussieht leider nicht. Machen wir eine Band. Ja, das ist, weißt du, ey, das ist so toll. Wenn wir Instrumente gesammelt haben, dann können wir alle zusammen so ein Lied spielen. Oh, ich hab das perfekte Instrument. Oh, was kommt jetzt, Alter? Es gibt auch so Rüssig. Also nein, wirklich. Seriously, jetzt. Geige. Ich lausche. Der Wegser spielt auch. Er spielt. So. Ich kann jetzt alles, was ich brauch. Hat er aufgehört? Es ist wunderschön. Egal. Ja. Ja, es ist cool. Also ich hab jetzt alles, I think, oder? So, ich bin nicht hoch. Also. Jetzt. Ich brauch für The Soldier's Breastplate. Okay, okay. Okay. Rambo Monkey is back. So, Leute, ich bin jetzt ein echter, ein waschechter Cowboy. Oh, die sieht echt cool aus. Richtig, Kipp. Mit, 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 aber ganz wichtig. Mit. Das passt perfekt zu deinem Schiff. Oh, das spielt hier so wunderschön. Also, ich könnte es den ganzen Tag spielen. So, wir kommen mal auf Otakon's Schiff. Okay. Schweine rennt mir einfach hinterher. Alter, dein Schlüssel ist so schön eingerichtet. Geil, das ist voll geil. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Einfach ne Burg, alter. Mit ner Kanone rum drauf. Er hat die Mucke umgestellt. Ihr Homos. Okay, ich muss aufhören, alter. Ich muss Krebs langsam. Ja, ja. Dein Teleport, der ist aber auch so Stein, alter. Hat er noch schön gemacht. Mein Schiff hingegen ist etwas, ja. Angels were a force. Nicht so cool. Ey, der kann ich mir auch auf ein Stück. So, Leute, also kommt bitte kurz alle auf ein Schiff. Weil ich glaube, ihr könnt auch von dort die Mission akzeptieren. Also seid ihr ready? Wollt ihr das wirklich? Ja, glaub schon. Glaub, glaub schon. Glaub denn die? Alter, wie siehst du denn noch? Ich. Ekelhaft, Bruder. Oh, krass. Was ist denn, was? Du siehst so flutschig aus, alter. Was ist das? Warte, warte, warte. Komm, schnitt zu ihm, komm, schnitt zu ihm. Warte, 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 warte. Ja, du, Bro. Wieso? Ich. Ja, guck dich mal an, alter. Du siehst aus wie ein Riesentildo. Bruder. Aber ey, ich bin Cowboy mit fucking... Ich bin die Cowboy-Fee. Ja, also du bist... Ach, du Scheiße. Und ich bin der Tigrell. Der Tigrell. Cowboy-Fee. Schwanzkopf und Space-Rambo, alter. Oder Abe-Rambo. Ich weiß nicht, was ihr Gag-Tier richtig kann. Ich find's easy, gechillt. Ey, das ist ein Lied. Es gibt ein Lied von Star-Duel-E. Gön. Ja. Oh mein Gott. Boah, die Noten. Ich kann sie richtig gut hören. Richtig schön gerade. Boah. Oh mein Gott. Krank. Ich bin verliebt in dieses Spiel. Chucklefish ist einfach die Besten. Ja, und es ist voll underrated, find ich, das Spiel. Also wirklich, es ist extremst underrated. So nicht so ein bisschen, sondern wirklich echt mies. Underrated. Also so ein paar Aspekten, denke ich mir dann wirklich so, alter, also, Bruder, hättest ruhig ein bisschen mehr sein können, ne? Ähm, Jungs? Ja? Habt ihr die Rüstung? Ja, ich hab Rüstung. Ich kann einfach meine Auti drüber tun, so, dass ich aussehe, you know. Also dann losst du erst da. Ja, fix da zu Outpost 2 Teleshop. Äh, bist du großartig? Also Boys, ist okay, ich lies, ich lies den Dialog, bevor der jetzt kommen wird, okay? Ja. Ich bin jetzt früher. Ich werde bei der Mission die ganze Zeit mit dem, äh, mit der Violine-Urgentehren. Boah. Boah. Ich werde nachher noch irgendwo mein Shit verkaufen, ich höre viele Sachen, die ich verkaufen will. Ja, same. So, wie soll ich mich beamen, Sammi? Ja, ja. Also scheiss egal, zu wen du dich beamst, ich bin eh gleich jetzt da, jeden Moment. Ähm, meine lieben Freunde. Bist du noch getrennt? Boah, du bist schon dort, Digga, wie meinst du denn? So, ich lies kurz durch. You did it, that was the last clue we needed. I know just where the Florian artifact is now. Okay, neue Mission. The clues you collected revealed that the Florian artifact is enshrined in the ceremonial hunting caverns. Judging from what I found out, you'll need to compete in a ritual hunt to get it. I have given Sale the coordinates you need. Be careful, dear. Digga, dafür, dass ich das Universum rette, kriege ich so eine Tüte, ne, die du am ersten Schultag mitkriegst. LOL. I have received card on this father. Ähm, mit der rechten klick kannst du nicht steuer, oder? You will still have shown the face to exist. Oh, Sammi! Alter, ja, ja, das ist geil. Das ist extrem geil. Aber die machen leider, die verbrauchen extrem viel Energie und kriegen aber nicht so viel damage. Oh, du kennst doch, du weißt Jax, oder? Ja. I'm Jax, Klonk. Klonk. Also Leute, ne, wir können, wir können da jetzt starten. Ist da jetzt freigeschalten, bei Sale. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir da alle losstarten hin, ne? Was machen wir jetzt? Ja, die Mission, die tolle. Habt ihr alle genug Heal, habt ihr alle, alle gut. Ja, jo, ich bin fein. Machen da euer Blöcke und so ready. Gibt's nix Blöcke, kannst nix placen. Das ist ne Mission. Werfen da eure wichtige Shit in Storage? Ja, aber das hab ich mittlerweile gemacht. Also Food ist halt nicht und Blöcke technisch jetzt auch nicht. Ja, das hab ich alles ist schon weggeworfen. Das ist nicht mehr vorhanden in meinem Inventory. Aber... Manipulator Module, wie viel hab ich jetzt? Sieben Stück. Hatten wir vielleicht noch ein Stück für mich? Machen Manipulator. Ja, ne, vergisst es. Scheißegal. Also gegen... Doch, ich kann dir einen geben. Gegen ein Upgrade Modul. Ne, nein, scheiß drauf. Ähm, bringt gar nix. Ich bräuchte zwölf, um dreimal drei freizuschalten. Also deshalb ist das egal. Ich kann dir auch mehrere geben und du musst mir mehrere Upgrade Module. Ne, ne, du bist einfach nur geil drauf, dein scheiß Schiff zu upgraden. Hast du ein Upgrade Modul? Ich hab ein paar, ja. Ja, dann brauchst du für das erste Upgrade eh nur eins. Echt? Ja. Loll. Ja. Kann man das schon machen, nachdem wir die Person ja gemacht haben? Weiß ich noch nicht. Ich weiß es nicht mehr eben. Es ist irgendwie voll random gewesen. Irgendwann spät der Scheiß Penguin Peter auf. Nicht Penguin Peter, der illegale, der Drogendealer um die Ecke da beim Outpost. Der dir da Fake Lizenz und sowas verkauft. Okay. Okay. Also starten wir die Mission? Okay. Geht alle zu Sail bei Mission dann der Ceremonial Hunting Caverns auf eins. Joinen wir, okay? Okay. Nochmal? Was? Geht zu Sail, zu deinem Schiffs-Alexa. 3, 2, 1, los. Go. Der will nur den Loot abstauben, der Bastard wieder hier. Der Gehizige. Was missen muss ich? Mission! Mission! So, Sail, geh zu deinem Schiffs-Assistenten. Auf deinem Schiff. Oh, 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 oh. Ich hab schon drei, ich hab dreimal gesagt, dein Schiffs-Assistenten. Ja, Bro, ich check. Nicht immer alles verändern, wenn man das nur alle drei Wochen spielt. Warte. Missions. Du hast was vergessen, Sami. Oh, fuck. Oh, das ist das Ende. Das ist das Ende, oder? Rechts oder links? Rechts. Warten wir auf ihn, komm. Der hat da rum was Leichtes. Beep, beep, boop, beep, beep. Oh, fuck. Oh nein, ich bin runtergefahren. Da war nichts drin. Ey, lass das bitte zusammen machen und Loot teilen, Jungs. Peace. Also ey, ganz by the way. Was macht denn die da unten, Alter? Der Alten geht's auch nicht mehr gut. Mein Gott. Oh, kann jetzt eh nichts passieren. Du hast deinen Loot nicht verloren. Bio-Reading show many life-science in these tunnels. 97 Hostile, I commend you value. Ich will da hoch. Ich will sehr dringend da hoch. Du kannst da nicht hochgehen. Du, aber da hoch. Oh, was, ich bin ja nicht. Kommt kurz an die Kiste, wann reicht drüber jetzt das Spiel aus? Schaust doch. Wart auf Orkan, also der hängt einfach weg. Rechts oder links? Ey, es war mir höher, höher hoch, weg, alle mein Gott. Ich bin doch nicht nix so hingegangen, ich hab nix gemacht, ich bin nur nach rechts gelaufen, ich warte auf dich. Red doch noch nicht mit dir, hallo, red doch nicht mit dir. Wie ist übelhästig. Warte, red doch nicht mit dir. Ja, ja. Egal, ich hab ruhigst du auch noch sagen. Ihr alles weglootet, habst du mal gelogen, ich muss sagen. Ah, nichts drin, du Mongo. Ähm, manch muss kurz die Musik leise machen. Lass heiraten, Bruder. Hm? Lass heiraten. Oh, das ist Weihnachten, ux. Ich spiel den Borghast. Wir sind schon noch nach rechts, oder? Ja, man kann nur nach rechts. Äh, wie bist du da? Ich glaub, du musst noch mal nach hinten. Oh, da unten ist ein Chest. Richtig. Ah, du, der geht's, dinge. Oh mein Gott, alter. Ey, das ist unglaublich. Hata, nimm. Nein, nein, Spaß. Was macht das? Das ist Bullshit. Behalt das, das ist Bullshit. Liegt das jetzt da? Nein. Warte. Wo ist jetzt der andere Türke? Der andere? Achso, du meinst dich selber auch. Hauptsache, er wartet aber nicht. Ja, wo ist er? Ja, ich bin nur ein Stück weiter. Ich dachte, ich will nach. Nach oben oder nach unten? Aber, hätte ich wo sollen? Nein, keine Ahnung. Wir beide gehen mal rauf, okay? Oh shit, alter. Hoi. Ja, also wir schlachten sie einfach alle gemeinsam ab. Sie können nichts machen. Boah, hier ist nochmal so ein Käfig für dich. Ich habe da auch ein Käfig. Äh, wie macht ihr das nochmal zur Kugel? Ah, ich habe das noch nicht freigestalten. Stimmt, fuck. Das wäre eh nicht so cooles drin gewesen. Ich bin gestorben, D-D. Äh. Also, da unten, keine Ahnung. Es sind ein paar Kerker, aber ich weiß nicht, ob ich den richtig bin. Tessler ist auch nicht. So. Ockern, beam die aber zu uns. Whatever diese Florens are pursuing, ist obviously of grave importance to them. They're worse than me on a bug hunt. Be careful, dear. Ha, ha. Sie, sie fängt also Schmetterling... Oh. Mhm. Ja, der ist baden gegangen. Ja, ich bin auch baden gegangen. Oh. Oh. Was hat er gedroppt? Bughive. Äh. Was? Oder er hat mir ein Bughive gedroppt. Der Ehreman hat mir einfach was gegönnt. Ich küsse sein Herz. Äh, hier ist nichts. Hier ist nur Schmerz. Nur Schmerz. Das heisst, wir müssen runter. Ja, ich glaube schon. Ja, obviously. I think so, yes. Dann warte ich auch auf euch da, was runtergeht. Okay. Danke. Bitte. Nein. 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 Es überflucht uns alles. Oi. Ich bin fast dead. Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Ah, du bist da? Hoi. Dann musst du runter, Sami. Nein, hier geht's noch weiter. Ah, von hier sind wir gekommen. Hallo. Ja, schön, Loppy. Vielleicht hätte ich schon mal vorgekommen, oder? Nein, von hier sind wir nicht gekommen. Aufpassen. Stone. Oh. Da ist die liebe Frau. Hey, aber hier. I can't believe you made it this far. Nice work. Ja, danke. But, na, you suck. The phrase slow collapse springs to mind. Here, I can open that. Ja, dann macht man hier. Kleine Schnäffer, Alter. Alter. Der ist voll weggejumped, Tutsi, gerade. Wie bist du da? Ist da der schlummt? Hä? Also, boys, ich geh diven. Dann führt das alles zum gleichen Ort. Äh, wenn du lieber oben langkommst. Ey, boys, warte doch. Ich bin irgendwie, ich bin underwater. Oh shit. Nee, nee, nee. Kannst gar nix abbauen. That's on purpose. Okay, ich bin jetzt hier also. Boah, es könnte wieder eine längere Folge werden. Also, ich muss mich mit den Folgen zügeln. Weil ich glaube, da schauen sich die Leute echt nicht an. So 40 Minuten folgen. Also, ich bin jetzt ohne Scheiß wegen dem hierher gekommen. Eine leere Chest. Sehr lieb. Oh, hier ist aber noch eine ganze Chest. Ey, hier ist nix drin außer fucking Plant Fiber. Und dass ich fast tot bin. Boah, Bruder. Also, sehr angenehm und nett fand ich das jetzt echt nicht. Boys, wo seid ihr? Ich hab keine Ahnung. Seid ihr weit entfernt von mir? Er hat abgeschossen, mein Karo. Also, der ist rechts über mir. Oh, Leute. Ich hab so... Ich hab hier gerade was aufgewacht von hier unten. Ich bin jetzt auch bei dem Checkpoint. Ey, ich bin bei euch. Ja, rush dir einfach alle durch. Auch gut. Scheiß auf die. Ey, da unten ist, glaub, Boss, Zerinsky. Oh, das ist viel stärker, das Shirt. Ähm. Boah, lame. Boys. Oh, okay. Äh, warte noch. Oh, korre, warte noch. Da ist, glaub, cooler Fight jetzt noch. Okay, meine Damen und Herren. Wir müssen uns also mental gefasst machen auf... Das ist viel größer als letztes Jahr Spray. Endlich eine properer Challenge. Okay. Oh, Alter, das ist eine riesen Larve. This is going to be fun. Jö, du Herzige. Allah. Ey, wir machen denen fast kein Schrauben. Die macht das alleine. Oh, jetzt, jetzt, jetzt. Wir machen denen übel viel Schaden. Ja. Ah, jetzt droppen da auch so komischen Dreckskinder, Alter. Alter, unsympathisch. X-O-Dom heißt das ganze Ding. Die ist voll schwach. Ja, wir fighten das Ding zu dritt, you know. So, es ist eigentlich gedacht, dass wir alleine machen. Deshalb wird's logischerweise ein bisschen easier sein. Und vielleicht hat's ja auch ein bisschen mehr Leben. Keine Ahnung. Aber es ist auch erst der erste Boss Fight. Der letzte wird dann cool. X-O-Lin-Figure. Oh, mein Gott. Jetzt haben wir's. Ach. Das war gerade nicht so süß, Alter, der Sound. Oh. Aua. Wer hat jetzt den ganze Loot bekommen? Das Ding hat nichts gedroppt. Was hat sie gesagt? Was sagt die Gute? Sie sagt gar nichts. Oh, die geht's. You know, that really was pretty impressive. Boah, der Minuten Fight jetzt gerade. We have ourselves a winner. Did you, Strangel, get it? Okay, wir dürfen's auch nicht mitnehmen. Warte, redet die noch irgendwas? Hallo? Oh, ja. Scared Hunt is over. Scared Bonus is yours. Happy, what's Champions? Fair, congratulations. I've just decided your trophy comes with 1-3 Nuru. Oh. He recovered. Der hat gesagt, die kommt mit uns. Da, unser, unser Geschenk kommt mit ihr. Nuru has joined the Outpost. So hartzig, jedenfalls. Ist so schön. Ich würde sie kuscheln. Loot, 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 loot. Du hast auch nicht, oh. Der geht's hier. Ah, das, ah, das Ohr kann mir nichts. Ich habe ein Planet Crasher, ein Terra Barrier und ein Ixodom, der Analysis bekommen. Warte, warte, lies mal alles durch und dropp mir kurz alles. Ich will kurz nur sehen. Ich gebe es alles wieder zurück. Planet Crasher ist ein Schild. Aha. Terra Barrier ist auch ein Schild. Die sind beide gleich Stoff. Eine ist grau, eine ist grün. Schild benutze ich eh nicht. Das Buch will ich nur kurz haben. Bring Fingers Analysis of the Ixodom. Bitteschön. Hast du es dir schon durchgelesen? Nein. Du musst es wie essen und danach lernst du es, danach kannst du es auswendig. Ah. Hast du das bis jetzt noch nicht gemacht? Nein. So. Boah, direkt wieder weg. Ich würde sagen, das ist mal eine kürzere Folge, oder? Weil jetzt haben wir den Bossfight gemacht, das ist so ausschließend ein Bossfight. Ah, jetzt gehen wir kurz zurück zur Esther. Ich lese ganz kurz noch mal die epische Rede, die sie für uns vorbereitet hat. Ja, das war jetzt ein... Also, wie es ist, ich würde eigentlich mein Schiff größer machen. Die hat da irgendwie eine Quest für uns, die gute hier. HITLOTL. Warte. Fächer für ein Artefekt. Excellent, you did wonderfully. We are on six of the way, where the air. Nothing to sniff at, and now we have Nuro to help us too. Neue Quest. Find Luzer located, HITLOTL Artefekt. We should start work on finding the HITLOTL Artefekt now. Search around the temperate stars, and hunt for clues on planets with vast tracks of ocean, where the HITLOTL reside, both above and below the waves. Come back here when your search is complete, and look after yourself. Fix. Awww, wir können das Schiff größer haben. Geil. Awww, Oshie. Hast du genug Cash? 10.000. Hast du genug? Ich hab genug. Ich hab 11.000. Ey, wieso hast du so viel? Wieso hast du so viel? Ich verkaufe echt viel Shit, dann kann ich's mehr hauen. Ich bin nur einmal gestorben, und hab bisher, ich hab sehr viel Scheiße schon verkauft. Ihr müsst einfach Waffen verkaufen, ihr kriegt verdammt viel Geld. Ja, okay, Waffen verkaufen ist echt krank, ja. Es ist schon eine Fake Sparrow-Lizenz, oder? Fake? Ja, du kannst nur das kaufen, das ist das, ja. Fake Sparrow-Lizenz. Let's see permanent the upgrade your ship to your biggest Sparrow-Type-Covet. Hi, Dialla. Okay. Meine lieben Damen und Herren, das machen wir noch ganz kurz in der Folge. Wir schauen... Oder nein. Nein, machen wir nicht. Gut, wir sind bei 25 Minuten, heute ein bisschen frühzeitig. Meine lieben Damen und Herren, wir sehen uns... Boah, keine Ahnung, in der nächsten Folge wieder. Also, ich denk mal in zwei Tagen oder nächste Woche. Je nachdem, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön, schüss, servus. Bis zum nächsten Mal.